da willkommen zu hier sind jetzt mein spiel spielbeginn neue welt erschaffen welten haben erstmal keine rolle deswegen stetigen wir wir können die schwierigkeit einstellen die lassen wir erstmal komplett normal hier bestätigen obwohl eigentlich anmachen halts und auf vorstellung können sehr viel einstellen bisschen mager aus viele frisuren wenn wir natürlich weil wir wollen ja was normales sich mal gucken sieht es mit 25 aus aber nur wissen relativ nein ein bestimmtes gesicht grampi man ich nehme aber was alles augenfarbe nehmen wir grünen das braun ein bisschen dunkler haare da 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 nehmt man das liebte so nein top oder so was für die gut hat zwar war es aber nein wir nehmen das hier oder das ein bisschen dunkler ich glaube die augenbrauen passen noch nicht ganz dazu die sicht augen augenfarbe das würde ich sagen der abschließend spiel beginnt ja die taurerade käme die trufvollste truf windstückflügel da ist zumindest eine statue idee schnell reise freigeschaut ein schiff für jemanden nicht nach ist mir länger nicht mehr untergekommen diese insel ist die reinste hölle von denen die mit mir kamen ist keinem mehr am leben einer nach den anderen wurden sie vom wilden palt abgemurrt passt das auf dich auf ein paar ressourcen hatte ich jetzt abgeben aber um hier überleben zu können musst du dich selbst im holz ich bin ich wer werfen und werden level ab erste sammeln oder gegen bäume okay wir hauen mal gegen bäume recht Link, link, rechts. Option, Technologie, Inventar. Werte erhöhen. Ich denke, das Wichtigste ist immer Gewicht. Technologien. Reperturwerkbank, Holzbaustet, Talbox, Tal-Sphären, Lagerfeuer, Kiste, Feuer und Konne, wir brauchen alles. Hühnchen, mein Herr Hühnchen. Shikipi, Shikipi. Unser erstes Pal, ein Shikipi. Jetzt haben wir keine mehr. Keine. Da ist eine Kiste scheinbar oder sowas. Es leuchtet was. Hä? Okay, das läuft nur eben fast. Können wir dann hier was machen? Da. Links, rechts, links, rechts. Paldium. Okay, Paldium. Wenn wir hier einfach runter. Gironimo. Okay. Liffmunk-Statue. Okay. Ähm. Liffmunk-Statue. Es scheint erst zu liegen. 12 Minis habe ich doch eigentlich geöffnet. Paldäck. Shikipi, Kativa, Lamba. So, wir haben hier schon wieder neue Sachen. Stoff. Betten. Palschrohbett. Bogen. Teile. Okay. Lassen wir das Reparaturset mal beisammen. Das ist Survival Guide, steht da. Steuerung, Kontrollerspiel, Ziel. Besiege die Bosse der Thürmer jeder Region und werde der allerstärkste Pal trennen. Du kannst dich in aller Ruhe der Befestigung deines Lagers widmen und hinausziehen und alle Pals fangen. Auch die Erschaffung, megastarke Pals, Verzüchtung oder Verstärkung ist möglich. Ruhe dich mit deinem Pal zusammen und zieh hinaus, um die wilden Weiten dieser Welt zu entdecken. Primitive Werkbank. Okay. So ein nächstes Ziel ist eine primitive Werkbank. Aber dann will ich dann auch irgendwie wissen, wohin ich die hinbaue und so. Na? Nicht die. Aber ich kann die. Ich kann die auch überall hinbaue. Ja. Da ist doch. Ja. Füchschen. Ein Foxpark. Oh, du bist ein bisschen stärker als ich gedacht habe. Du bist zu stark. Oh, ich bin schon angekrokelt. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Du bist auch Level 4. Ein Kativa Level 4. Ich glaube, damit sollte ich mich nun nicht anlegen. Ich bin noch ein bisschen stark und böse. Kann man uns irgendwie heilen? Wir müssen uns zumindest ernähren. Du bist Level 1. Ich schaffe es. Das ist noch so eine Sphäre. Ja. Und hier noch einer. What? Ja, Ora trauen, mein Guter. Schloss her. Ich brauche mal比如. Mit loading. Ger gaming? Ja, da ist nichts dran. ewerker. als wären und direkt mehr wir haben doch irgendwie gelevelt ausdauer nicht mehr hauen das ist uns der möchte ich schon mal gehauen habe ich bin lieb und nett und niemanden das ist ganz schön gemein wir könnten auch noch andere sachen bauen aber er hängt da an uns ok er hängt an uns er verfolgt uns das ist nicht gut nicht mehr blöd lecker blöd Hey, wieso verfolgt der uns? Keine gute Idee. Feuer-Technik. Das ist unsere Werkmann. Holzköle hier. Ich mach dich jetzt fertig. Bogen brauchen wir noch Fasern. Spitzhacke nehmen wir natürlich gerne mit. Holzköle nehmen wir auch mit. Besteiner. Holzköle. Pfeile. Kann man eh nur 16 machen. Oh, mit 48 insgesamt. Oh, die Pfeile leveln damit. Ist natürlich dann sehr angenehm. Wir machen doch Rinde. Fasern. Okay, Holz haben wir damit einiges. Einiges. Raumpel. Inventarstatus. Arbeitstempo. Ist, denke ich, mal ganz angenehm. Das ist das Erz. Auf. 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 nicht zu viel. 334, das ist knapp. Rasern brauchen wir noch. Aber die Pfeile sind leichter. Fleißig wie die E-Handwerker so gesehen. Immer hier fleißig am Arbeiten und schon. 111 ist halt auch eine Anzahl. Wenn die irgendwie nicht helfen. Okay. Komm zurück. Klauscheschild. Gut. So funktioniert das also. Nicht arbeiten, arbeiten lassen. Ich würde es doch arbeiten. Klauscheschild. Komm her. Klauscheschild. 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 Wenn wir zu zweit das, macht ihr das halt auch schneller. Der braun hat immer noch einen Bogen. Ich würde das ja auch nicht mehr einsetzen. Müsste nicht eine jetzt mindestens abhaben. Also Stufe 5. Ach, Schikipi ist Stufe 5. Sehr schön. na komm her abbrechen machen wir uns noch bogen brauchen wir definitiv hier 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 ja im bau Dabbel! Blue! Komm mal, kommt zurück Yay Oh. Wie hab's gekillt? Hey! Bob's phone? Hey! Ist das eine Statue? Oh! Gegen den, naja. Mit den lege ich mich mal besser nicht an, aber Statuswerte. Aber wir haben ja schon gemerkt, wir haben nicht genug Gewicht. Leapui, Level 9. Nein. Wohl. Es ist nur 5. Ich hab noch... Was bist du denn? Level 3 dich! Du gehst mir! What? Jetzt aber! Ja, das war eh unser letzter. Und daher. Ja. Oh, gut. Das ist noch eine Truhe. Schwache Medizin. Wow. Ist doch so kalt in der Nacht. Das ist natürlich sehr gut. Da ist eine Säule dahinten. Wir schlafen. Wir schlafen. Hey! Wer fängt, desto besser wird er. Hier! Das kannst du haben. Hau rein! Oh. Danke. Danke. Stein. Und nKr beloved. Und n Truck hein. Und n이라고, okay? nein ja wir sind gestorben wir haben verschiedene einstiegspunkte das ist ein boss scheinbar dann auf auf und davon oder so vielleicht rufen soll was bist du denn du mann der ist ja giftig mit x kann man alles einsam sehr schön bin ich jetzt nicht r4 ah der macht sogar licht ich kann auch was ok ich kann ja als flammenwerfer benutzen aber ich kann es gesperrt die funktion da war irgendwie was da hin aber zurück das ist kalt ich weiß was soll ich denn jetzt machen da ist eine säule oder sowas das ist eine säule aber wir regenerieren hier ganz langsam und um dass sie regen sind ich habe Okay. Komm mal runter, ich brauche Licht. Das ist ein Hühnchen, ich glaube hier, Moment, wir haben doch noch eine Keule. Sehr gut. Vor allen Dingen, es wird lange zum Hell. 64% sollten noch reichen zum Fang, oder? Yay. Ist da unten irgendwie was? Ja, das kennen wir noch nicht. Ich bin cremes. Cremig, rund und flauschig. Ist du? Oh, feile. Ähm. Ja. Du gehst auch mehr. Yay. Level up haben wir. Inventar, Wert erhöhen. Arbeitstempo, der geht mal. Oder gehen wir auf Gewicht? Ja, wir gehen auf Gewicht. Dann gehen wir auf Arbeit. Das sind Pilze. Ein Gilett. Level 11. Okay. Und da hinten ist wohl eine Säule oder sowas. Ah so, das ist das, was wir eh schon können. 1. Das ist ja weg. 1. Also wir haben ja noch nicht weg... 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. in lang wahlnehmer auch so müssen wir uns erst mal als wären macht ist denn du in tief an ist ja niedlich wenn ich irgendwo auch ist ein schild so unsere ärzte mal so auch ist in hier hin mein schaf das erz auf jeden fall nicht zu wenig ein liefpunkt haben wir auch noch nicht nicht verängstigen fertig sehr schön 16 das klingt gut hier kannst du mir mal helfen dass mich viel schneller wir haben noch genau technologie statu der kraft klingt gut kalausrüstungswerk ferngarten piefarm gleitschirm nehmen wir mit stoffkleidung normaler schild klingt auch gut das können wir schon zweistoff brauche ich so jetzt können wir uns dann haben wir schon mal ausrüstung ja sie doch schon mal ordentlich aus ich würde mir hier irgendwie was markieren das wäre halt interessant filter e hier ist auch hier ist erz und in die richtung das ist ein ei mit dem ei kann man wahrscheinlich noch nichts anfangen das war eigentlich noch 20 feil haben moment ich wollte auch den lift man und ich bin ja also nummer drei und von ihm wolle geben sie ja auch ist noch da es blitzert und es glänzt aber ist scheinbar weg ich war abgelenkt schweinerei war abgelenkt später machen wir uns dann so gesehen hier so eine wolle produktion oder so ich weiß es noch nicht aber dabei klingt doch eigentlich gar nicht oder eine fall seele der aber eigentlich schirbelnökel das ist ein ei auf dem sprung ja gut lassen wir das ei haben ähnlich aus also sie war auf der anderen und vom Heuver was jetzt sehr gut an sie haben sie du bist mein mann an sie wenn es tanzen ich kann es keiner kann es nur noch weile ein pallium noch mehr schafe level 7 sehr gut ausdauer wahrscheinlich und hoch mit uns ok Orkeste. Ein Tiefband. Aber erstmal holen wir uns hier die Statuen. Schnellreisenpunkt. Und da ist die Truhe! Oder so. Oh, da sind zwei Truhen. Ne, das ist Story. Notizen. Das ist immer so gesehen auf dem richtigen Weg scheinbar. Volt nennt man Megasphäre. Hm. Na. 53% ist nicht viel, aber ich glaube das schaffen wir. 86. Monat. Hehe. Ein Celery. Sehr schön. Sehr schön. Ein Tiefband. Ein Tiefband. Ein Tiefband. Ein Tiefband. Ick, ich habe noch ein bisschen Valdium. ich bin da hinten da kommen die ran Wenn, dann weiß ich nicht wie. Oh, ich bin hungrig. Gibt mir das herz, das wunderschöne Erz. Und hier auch. Ich will mich zu ehren hier, als wir anbauen. Talbälle. Oh, hier. Du bleibst hier. Was? Nix da. Das geht aber nicht hier. Komm mal her, mein Salari. Salari, Salari. Sehr schön. Inventar, Werte erhöhen. Thema im Gewicht drin. Bei der Technologie, was können wir denn nun jetzt noch so sagen? Handschuhe zum Vorsichten greifen, Salari ermöglicht es dir, wenn Salari intim ist, es als Gleiter zu benutzen. Natürlich nicht schlecht. Steinbruch nehme ich mit. Heusfaller Lager nehmen wir auf jeden Fall mit. Hölzenaufbewahrungs-Baumöbelset. Zerkleinert. Zerkleinert. Bischöre. Flammenwerfer. Sammeln wir hier fleißig in der Gegend. Ein Pingulett. Ah, ich werde knapp werden mit 1.5. Ah, ich werde knapp werden mit 1.5. Das war glück. Das war glück. Das war verdammtes glück. Ein Liff, Mon. Bleib mal stehen, du B***er. Ich habe keine Pfeile mehr. die wir müssen ja nicht unbedingt denkt ihr dauernd auf die mohr in die verbrüchen wehrlose schafe also wehrlos ach das sohle Das ist noch was blaues. Ein Lift, mong! Sieht hier schön aus, wenn mir Sonne und Untergang verauftragen. Ganz grün. Schnellreisezeit. Wie ist das? Trinkt. Schnellreisezeit. Schnellreisezeit. Ich mach mal. Es werden wieder relativ schnell machen. Ich 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 mir 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 schlafen Danke mein Kleiner. Holz, wir haben kein Holz mehr. Da. 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 Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da. Da, da. Komm! Gibt mir die Palme die halbe ist mein träum hier gut hier ausdauer sagt nein heute sollte man den ersten dritten haben Robi? 67? What? What? Was von... Meins! 85? Sehr schön! 5 von 10? Sehr gut! 5 von 10? Noch mehr Lemberg! Oh! Noch mehr Lemberg! Noch mehr Lemberg! Noch mehr Lemberg! Oh! 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 Oh!